In welchen Städten wird da meiste Champagner getrunken? Auf Platz 1 steht da natürlich Paris, da fließt der Shampoos in Strömen. Aber Platz 2, da kommen sie nie drauf. Ich hätte es auch nicht gedacht. Es ist eine Stadt mit 16 Millionen Einwohnern in einer Region, die kein Anleger auf dem Schirm hat zurzeit und wo die meisten Anleger auch sagen würden, da werde ich niemals investieren. Und ich bin schon gespannt, ob sie das auch sagen oder ob sie am Ende sagen, naja, so uninteressant und so abwegig ist es vielleicht ja doch nicht. Herzlich Willkommen! Und vielleicht erinnert sich noch jemand, das war der offizielle Song oder der Refrain für die Fußball-WM in Südafrika 2010, gesungen von dieser Dame von Shakira aus Kolumbien. Viele haben sich darüber geärgert damals und haben gesagt, hätte das nicht wenigstens irgendwer aus Afrika singen können? Afrika hat ja auch 1,4 Milliarden Menschen. Ja, das hätte wahrscheinlich jemand tun können, zum Beispiel die Gruppe aus Kamerun, die das Lied sich eigentlich ausgedacht hat. Aber auch das wäre natürlich irgendwo sinnlos gewesen, weil Kamerun ist ja auch nicht Südafrika, sondern das ist davon 5000 Kilometer weg. Das ist weiter als von uns bis nach Usbekistan. Nur dem Rest der Welt, dem war das alles natürlich herzlich egal. Und Kolumbien ist ja auch irgendwie Afrika. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, das ist Fußball, da geht es um wichtigere Dinge. This time for Africa. Ist Afrika für Anleger noch irgendein Thema? Wohl eher nicht. Es war mal ein sehr großes Thema, so vor 10, 12 Jahren. Afrika hat es damals geheißen, das ist der heißeste von allen Frontier-Markets. Und es ist vor allem auch der letzte. Und wenn man jemals nochmal in irgendeinen Markt investieren will, bevor der durchstartet, dann ist Afrika die letzte Chance für sowas. Und es sind damals Bücher geschrieben worden drüber und man hat Afrika-Konferenzen gemacht und man hat Fonds aufgelegt für afrikanische Aktien. Und es hat eine Umfrage gegeben 2012 unter institutionellen Fondsmanagern. Was ist für sie der attraktivste Frontier-Markt? Und da war Afrika bei 66 Prozent von den Befragten auf Platz 1. Das ist lang vorbei. Heute ist Afrika als Anlageregion tot. Nehmen wir mal Südafrika. Das ist da der wichtigste Finanzplatz. Das hier ist von Bloomberg die Nettozuflüsse und Abflüsse von Auslandsanlegern an der Börse Johannesburg. Die letzten neun Jahre. 2015, da hat es zum letzten Mal ganz leichte Zuflüsse gegeben. Seitdem aber durchgehend Abflüsse und insgesamt jetzt 53 Milliarden Dollar. Das ist extrem untypisch. Normalerweise haben solche Börsen vielleicht kurz mal Abflüsse in schwierigen Jahren. Aber jetzt haben wir eben seit Jahren schon eine Massenflucht. Oder nehmen wir Anleihen. Das hier ist für die Region Sub-Sahara, also alles was südlich von der Sahara ist. Die Anleiheemissionen in ausländischer Währung in Dollar. Die Grafik ist jetzt leider schon fast ein Jahr alt. Aber man sieht, 2018 gab es da noch ein Volumen von fast 20 Milliarden Dollar. Dann die Covid-Pandemie, der Einbruch und dann 2021 nochmal eine Erholung. Und die bricht aber im Jahr drauf auch schon wieder zusammen. Und dann Mitte letztes Jahr dann ein Volumen von Null. Afrika kriegt also kein Geld mehr aus dem Ausland, beziehungsweise es versucht das jetzt auch gar nicht mehr. Die Märkte trocknen aus. Afrika hat anscheinend ein schweres Imageproblem. Vor zehn Jahren, wie gesagt, war es noch die große Boom-Region. Jetzt haben die Anleger wieder das Gefühl, sobald sie afrikanischen Boden betreten, da kommt auch schon von irgendwoher ein Stamm und steckt sie in den Kochtopf. Es ist als Anlageregion quasi lebensgefährlich. Und apropos lebensgefährlich, am Montag habe ich hier ja ein Video gemacht drüber, wie kann man ein Depot stabiler machen und absichern in schwierigen Zeiten. Man kann das unter anderem mit strukturierten Produkten. Und ich darf Sie daran erinnern, dass Sie dazu von mir eine Hauspost kriegen morgen zu Kapitalschutzprodukten. Also Produkte, auch den Index jetzt zum Beispiel, wo Sie dann nicht voll profitieren natürlich von der Kursentwicklung, aber wo Sie dafür dann eine Kapitalgarantie kriegen. Sowas ist sehr nützlich in schwierigen Zeiten. Und dafür gibt es dann von mir auch ein paar Beispiele, was da gerade so auf dem Markt ist. Und die Hauspost ist gratis, sie geht morgen raus. Also denken Sie daran, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dass Sie sich die noch besorgen und sich dafür eintragen. Auf www.heinrichs-hauspost.de Hat Afrika sein Imageproblem zu Recht? Es ist klar, Afrika hat natürlich Probleme, zum Teil auch gravierende Probleme. Es wäre jetzt natürlich unsinnig, wenn man das ignorieren würde. Aber auf der anderen Seite, der Finanzsektor, der schert natürlich auch alles über den gleichen Kamm, so wie immer. Afrika ist kein Land, Afrika ist ein Kontinent, sogar ein riesiger. Von Casablanca bis nach Kapstadt ist es weiter als nach Island. Es hat 54 Länder und dann noch ein paar Gegenden, wo man noch nicht genau weiß, wem es gehört und was es überhaupt ist. Aber wir würden in Europa ja auch sagen, Spanien ist nicht Schweden, Belgien ist nicht das Gleiche wie Bulgarien und schon Deutschland und Österreich sind ja schon relativ unterschiedlich. Und in Afrika sind die Unterschiede eigentlich noch krasser. In Ägypten sind Kamele, in Zimbabwe sind Elefanten und zwar anscheinend sogar schon zu viele, wie man hört. Und in Südafrika, da laufen aber die Pinguine rum. Um es jetzt mal ganz platt zu sagen, nehmen wir ein Land wie Tansania. Hier ist ein Bild von Dar es Salaam, der größten Stadt da. 2003 hat Tansania ein Bruttoinlandsprodukt gehabt von 15 Milliarden Dollar, 20 Jahre später 78 Milliarden Dollar. Mehr als das Fünffache. Die Lebenserwartung ist in der Zeit um 15 Jahre gestiegen und die Zahl der Leute unter der Armutsgrenze ist um 50 Prozent gefallen. Oder Namibia, in 20 Jahren eine Verdreifachung der Wirtschaftsleistung, in harten Dollar diese Wirtschaftsleistung. In Samia eine Versechsfachung, in Kenia sogar eine Verachtfachung. Das sind Wachstumsraten, da kommt Asien zum Beispiel schon lang nicht mehr hin. Und das Ganze natürlich mit Schwankungen ist völlig klar und auch immer wieder Krisen. Das ist in solchen Ländern auch fast normal. Aber sobald es eben in diesen Ländern mal halbwegs ruhig ist und die Verhältnisse halbwegs stabil sind, da haben wir da fast immer sehr hohe Wachstumsraten. Und was ja auch so ein Thema ist, also wenn man bei uns mal überhaupt was von Afrika hört, dann geht es da entweder um irgendwelche Luxus-Lodges, oh, lass uns doch mal so ein Safadi-Dinner machen, so richtig in Afrika unter Land und Leuten. Oder aber es geht gleich um Kriege, um Konflikte, um Naturkatastrophen und solche Dinge. Aber um was es fast nie geht, das ist das ganz normale Leben in Afrika. Und dass das vorankommt in vielen Fällen eben auch. Dass die Wirtschaft wächst, dass der Mittelstand wächst und die Kaufkraft wächst, dass die Leute immer öfter Bürojobs haben, dass sie Smartphones haben, dass sie Autos haben oder dass sie auch in Shoppingcenter mal gehen. Auch das ist immer mehr Afrika. Eine Wirtschaftsleistung insgesamt von 3 Billionen Dollar pro Jahr inzwischen und auch 29 Börsen, aber eben nur mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 1,6 Milliarden Dollar. Alle afrikanischen börsennotierten Unternehmen sind zusammen weniger wert als NVIDIA. Dass Afrika zum Keil noch unterentwickelt ist, das ist Chance und Risiko zugleich natürlich. Und das Hauptproblem neben der Politik, das sind die Währungen. Wenn man den Ruf hat, dass man instabil ist, angeblich, dann kann man machen, was man will. Aber wenn dann sowas kommt, eben wie eine Covid-Pandemie oder wenn in den USA die Zinsen stark angehoben werden, so wie es jetzt ja auch war, dann gehen die afrikanischen Währungen runter. Und das treibt dann umgekehrt die Inflation hoch und so weiter. Das ist ein Dauerproblem und das hat man einfach als Investor, auch wenn sie da jetzt investieren in gute Unternehmen. Aber die Währung, die läuft oft gegen sie. Und das ist dann wie eine Rolltreppe, die sie hochrennen müssen, während die Rolltreppe runtergeht. Ein Klassiker, der kenianische Schilling, hier der Chart von TradingView. Der Schilling ist die letzten fünf Jahre stark gefallen aus den genannten Gründen. Und das ist jetzt auch wirklich eine Währungskrise da. Und dieses Jahr ist er jetzt aber plötzlich wieder die beste Währung der Welt, weil Kenia einen Eurobond zum Teil vorzeitig zurückbezahlt hat. Oder der nigerianische Naira, hier auf ein Jahr. Die neue Regierung, die hat endlich die Wechselkurse wieder freigegeben. Das ist absolut ein Fortschritt. Aber dadurch hat er natürlich stark korrigiert jetzt. Und man kann nur hoffen, dass er sich jetzt langsam mal fängt. Nigeria, das ist ein Land, in dem unglaublich viel schiefgegangen ist, auch die letzten Jahre. Aber ich glaube, es wird trotzdem unterschätzt. Es gibt da sehr viel Armut, aber gleichzeitig ist es eben auch ein riesiges Land. Es hat mehr als 200 Millionen Einwohner. Und davon sind 50 Millionen auch schon Mittelstand. Mit einer kombinierten Kaufkraft von 28 Milliarden Dollar pro Jahr. Irgendwann wird Nigeria wieder positiv überraschen. Da bin ich mir relativ sicher. Ist Afrika also ein Markt, wo man jetzt investieren sollte? Ich würde sagen, jein. Von den Fundamentaldaten her, da ist Afrika unterbewertet. Auf breiter Front. Auch bei den Währungen, meiner Meinung nach inzwischen. Aber es ist natürlich spekulativ. Und das Sentiment ist sehr schlecht, wenn man von einem Sentiment überhaupt noch reden kann. Weil die meisten Anleger, die denken über Afrika ja gar nicht mal mehr nach. Sondern das ist für die komplett abwegig. Außer für chinesische Investoren natürlich. Und darüber ist dann bei uns aber dann wieder das Geheule, dann groß, dass China sich da so breit macht. Und es gibt da eine nette Geschichte über Afrika und den Economist. 2001 hat er getitelt, Afrika der hoffnungslose Kontinent. Zehn Jahre später, dann im Afrika-Hype, da hieß es dann plötzlich, Afrika steigt auf. Und der Herausgeber hat sich dann aber anscheinend oft anhören müssen, Wenn man an dem Tag gekauft hätte, wo Afrika von denen als hoffnungslos erklärt worden ist, dann hätte man da eine Stange Geld verdienen können. Aber inzwischen sind wir definitiv wieder im hoffnungslos-Modus. Hier der Afrika-Ausblick von denen auf 2024. Tod, Schulden und wackelige Demokratien. Eigentlich ein Top-Kaufsignal. Und was auch ein ganz guter Kontraindikator ist, meiner Meinung nach, dass man da eigentlich als Privatanleger fast gar nicht mehr investieren kann. Die Fonds sind so gut wie alle weg, wirklich. Und bei den Einzelaktien, da ist die Liquidität zum Teil so niedrig, dass man sie auch kaum noch kriegt. Ausnahme sind jetzt Minengesellschaften, die dann vielleicht in New York gelistet sind oder in London. Und südafrikanische Aktien, die sind auch noch halbwegs etabliert bei uns. Aber außerhalb davon gibt es nicht mehr so viel. Vielleicht Orascom Development zum Beispiel. Gelistet in der Schweiz, gegründet vom Milliardär Samia Saviris. Die betreiben Hotels und ganze Feriendörfer auch in Ägypten, im Nahen Osten, in der Schweiz. Sie verkaufen auch Immobilien in großem Stil. Sie haben letztes Jahr ihren Gewinn um 20% gesteigert, obwohl das ägyptische Pfund um 27% abgewertet ist. Sie werden gehandelt mit einem KGV von 4,7% und mit mehr als 30% Abschlag auf dem Buchwert. Aber es traut sich trotzdem keiner ran. Die Aktie ist in Franken in fünf Jahren um mehr als 70% gefallen. Guarantee Trust Holding, eine Großbank aus Nigeria. Unglaublich stabil, unglaublich profitabel. Die Kreditqualität, die wird jedes Jahr besser statt schlechter. Sie haben eine Dividendenrendite von fast 9% des KGV. ist bei unter drei, aber wie gesagt, auch in Nigeria ist die Währung eingebrochen und auch da sind die Anleger natürlich vorsichtig. MTN Group, ein Telekom-Konzern mit fast 300 Millionen Kunden und mit 72 Millionen Kunden auch im eigenen mobilen Bezahldienst. Das ist in der Afrika eine wahnsinnig wichtige Sache. Und letztes Jahr ist deswegen auch Mastercard bei denen eingestiegen mit 200 Millionen Dollar. Aber auch da hat die Naira-Abwertung zugeschlagen und der Gewinn ist letztes Jahr um 83% eingebrochen. Das sind jetzt alles keine Empfehlungen von mir, sondern das ist nur mal, damit Sie so einen Eindruck kriegen von dem Ganzen. Wenn man jetzt in Afrika investieren würde, dann würde man das wahrscheinlich sowieso über einen Fonds machen und das dann auch in kleinen Häppchen, nehme ich mal an, und bei einem der wenigen Fonds, die es da auch noch gibt überhaupt. Zum Beispiel der Amundi Pan Afrika ETF, der bildet einen Index ab und der hat sich gar nicht mal so schlecht gehalten, muss man sagen, die letzten fünf Jahre. Er hat auch davon profitiert, allerdings, dass da relativ viele Rohstoffaktien drin sind. Ivanhoe Mines, B2 Gold, First Quantum, das Afrika-Thema, Das ist natürlich auch ein Rohstoffthema. Dann der DWS in West Afrika mit einem starken Schwerpunkt auf Ägypten und Südafrika. Das muss man mögen, aber ist auch nicht uninteressant. Und was unbedingt auch noch erwähnt werden muss, das ist der AVH Emerging Markets Fonds. Der ist auf fünf Jahre sogar im Plus, wie man hier sieht. Der investiert jetzt nicht nur in Afrika, aber wenn er da investiert, dann geht er voll rein in Bankaktien aus Nigeria, Ghana oder aus dem Senegal oder auch mal Rinderzüchter in Sambia und solche Sachen. Der wird gemanagt von Axel Krone. Das ist ein knüppelharter Value Investor. Das Fondsportfolio hat zurzeit anscheinend eine Dividendenrendite von 7%. Also jetzt nicht ein paar einzelne Aktien da, sondern wirklich im Durchschnitt. Und das, was er mit Währungen dann verliert, das holt er mit den Dividenden wieder rein. Aber Achtung, potenzieller Interessenskonflikt hier. Ich kenne Axel Krone persönlich auch seit vielen Jahren und ich schätze ihn auch sehr. Und das trübt aber hier jetzt möglicherweise mein Urteil. Und hier haben wir ihn auch in Ausübung seines Amtes irgendwo im Busch auf der Suche nach der nächsten, noch günstigeren afrikanischen Bankaktie. Aber wie wir jetzt gesehen haben an den Fonds, also so wahnsinnig viel Geld hat man jetzt mit afrikanischen Aktien gar nicht zwangsläufig verlieren müssen die letzten Jahre. Das war auf jeden Fall noch besser, immer noch besser als Bayer oder Volkswagen. Ich will sie jetzt natürlich nicht reindrängen in afrikanische Aktien, das ist völlig klar. Aber vielleicht sagt eben doch da eine oder andere von Ihnen, ja, so interessant ist das Thema vielleicht gar nicht. Oder es ist wenigstens zumindest mal nicht komplett abwegig. Und die Stadt mit dem zweithöchsten Champagner-Konsum der Welt, das ist übrigens Lagos. Lagos, die größte Stadt in Nigeria. Lagos ist ein bisschen so wie New York um 1900. Es ist natürlich berüchtigt auf der einen Seite für Armut und für Verbrechen, aber eben auch für sein Nachtleben. Und das zeigt eben, dass es auch da viele gibt, denen es wohl ziemlich gut geht. Auf jeden Fall viel mehr, als man das bei uns so glauben würde. Denken Sie sich dran, dass Sie sich noch eintragen, schnell für die Hauspost, die morgen rausgeht, zu den Kapitalschutzprodukten auf www.heinrichs-hauspost.de. Morgen geht sie raus. Und Sie finden hier jetzt unter dem Beitrag nicht nur den Link, wo es eben zur Hauspost geht, sondern Sie finden auch den Link zur Originalversion von Wacker Wacker Zangaleva von der Gruppe Golden Sounds aus Kamerun. Wacker Wacker, das heißt so viel wie Marsch, Marsch. Und das Ganze ist anscheinend in Afrika immer noch äußerst beliebt beim Militär und bei den Polizeibereinheiten. Das ist das Wahre, Afrika. Da wird einem doch gleich ganz warm ums Herz. Bleiben wir dran an den Börsen. Alles Gute Ihnen. Wacker Wacker. Und Dankeschön fürs Zuschauen.